Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur ersten Folge von Montagsmotivation. Ich werde euch jeden Montag Motivation geben. Und wenn ihr Motivationsprobleme habt, kommentiert einfach unter diesem Video, was eure Probleme sind. Und ich gebe euch das Video. Und macht euch keine Sorgen. Mitte der Woche gibt es auch natürlich Comedy von mir. Das heißt, Montagsmotivation und zwischendurch Comedy von mir. Also, Leute, ich freue mich auf euer Feedback. Und jetzt geht das Video los. Es gibt immer Tage, wo man keinen Bock hat, etwas zu machen. Selber ich habe diese Tage, wo ich denke, Mann, ey, ich habe keinen Bock auf Sport. Mann, ich habe keinen Bock auf Arbeit. Aber soll ich jetzt wirklich zu Hause bleiben und jetzt mich zu Hause vergraulen und dann den ganzen Tag verkacken? Weil ich habe doch gestern ein gutes Training gehabt. Deswegen will ich heute ein besseres Training haben, dass ich immer einen Schritt weiter voraus bin. Gegenüber den anderen Menschen, die nicht an mich geglaubt haben. Weil früher kamen die Leute zu mir und haben gesagt, Barry, wieso machst du das? Du wirst doch sowieso nichts erreichen. Ich habe mich nie beeinflussen lassen von diesen Menschen. Weil jetzt kommen die Menschen und sagen zu mir, Barry, Alter, wie hast du das gemacht? Aber früher haben sie noch an mir gezweifelt. Und genau so solltest du auch denken. Jetzt zweifeln auch die Leute an dir. Aber du solltest niemals an dir zweifeln. Weil es wird der Tag kommen, wo die Leute auf dich zukommen und sagen, ey, scheiße, wie hast du das gemacht? Egal, was für einen Traum du hast, versuch deinen Traum zu beschützen. Ganz einfach. Und du musst jeden Tag dafür arbeiten. Das heißt, es gibt immer Tage, wo du keine Lust hast. Und ich sage dir, ja, wenn es dir wirklich scheiße geht, versuch dich trotzdem abzulenken. Weil wenn du dann über die ganze Scheiße nachdenkst, die dir passiert ist, sei es Ex-Freundin, sei es Schule, sei es zu Hause Stress haben, dann wird es dir nicht besser gehen. Aber glaub mir, wenn du dich ablenkst, auch wenn es schwer ist, geht es dir automatisch besser. Bei all der Kacke, die dir passiert, musst du immer das Positive rausziehen. Mach deine Ex-Freundin Schluss. Ja, jetzt hast du mehr Zeit für dich. Du weißt, deine Ex-Freundin, dass sie einen Fehler gemacht hat. Hast du einen Fehler gemacht, dann denk drüber nach und nimm Zeit für dich und handel nicht falsch, indem du Sachen sagst, die man am Ende des Tages nicht mehr zurücknehmen kann. Also, zweifle nicht an dir selbst. Weil wenn du wirklich an dich glaubst, ey, ich sage dir ganz ehrlich, dann kann ich doch nichts aufhalten. Du musst einfach weitermachen. Es gibt immer eine Pechsträne, es gibt Tage, Monate, Jahre, wo alles scheiße läuft. Aber irgendwann mal, wenn du an dich glaubst, dann kommt Gutes auf dich zurück. Aber wenn du negativ denkst, dann zieht auch Negatives zu dir. Wenn du positiv denkst, man, dann kommt fünf oder sechs Jahre das Positive zu dir. Aber glaub einfach dran und zweifle dich an dir selbst. Das war meine erste Folge von Montagsmotivation. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt mit Motivation oder sonst welche Sachen, kommentiert einfach unter diesem Video. Ich würde mich auf euer Feedback freuen und gebt mir einen Daumen hoch, falls es cool war. Ich werde euch jeden Montag motivieren und natürlich auch noch Comedy und Sport und alles. Ich danke für euren Support und es wird noch Großes auf euch zukommen. Get to be with the body. Formers Motivation. Boom, baby.